Hallo und willkommen zurück im Schrank. Ich habe gerade das Spiel geladen und plötzlich total dramatische Musik. Ich weiß nicht was hier los ist. Ich glaube das Alien war hinter mir. Ich bin einfach in den Schrank gegangen. Das Spiel hat geladen und ich bin direkt in den Schrank, ohne mich umzugucken. Ich höre es. Wir bleiben hier noch ein bisschen. Da kommt es. Ist halt echt nicht die beste Stelle zum Speichern gewesen, aber ich hatte echt keine andere Möglichkeit mehr, wenn ich nicht alles von vorne machen. Ich muss die Treppe runter. Tür. Okay. Nein, bleibt so. Ich probiere es jetzt einfach, was solltet. Okay. Wo muss ich nochmal hin? Weg zum Solomons Habitat, das obere Transit. Ich habe keine Ahnung. Muss ich nicht die Treppe runter? Ich hatte gerade eine Aufnahmepause, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo ich herkam, beim nächsten Mal. Ich dachte, runter wäre richtig. Hallo, ich höre es oben und unten. Was soll das denn? Wurden wir nicht noch irgendwo auch noch beschossen oder so? Junenschneider. Ah ja, ich erinnere mich. Hallo? 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 Jetzt weiß ich gerade, ist ja komisch. Okay, das ist jetzt der andere Typ, der uns jetzt mal beschossen hat, glaube ich. Ich versuche mal hier schnell aufzuschneiden, während das Aliens vielleicht von dem anderen Typen abgelenkt wird. Also langsam habe ich kein Feuer mehr. Komm schon, mach, mach, mach. Geht doch schneller. Nein, klettern, klettern, klettern! Fuck. Oh Gott, das war knapp. Ich habe so damit gerechnet, dass wir gleich von hinten geschnappt werden. Okay. Dieses Spiel. So, und dann jetzt irgendwie wieder hier auf diese Strecke da kommen. Müssen wir doch bis da unten hin. Ah. So, da bist du. Wenn wir jetzt hier rumballern, ist natürlich ein bisschen kacke. Blendgranate ist doch bestimmt nicht so laut. Ich will die nicht basteln. Ich will sie auswählen. Ich mache immer noch einen Sempfehl. Nö. Wo ist er hin? Ja, nein, Granate. Ich wollte sie werfen. Ich war wieder anzunahmen. Ähm, ja, das... Ja, mhm. Das haben wir alle nicht gesehen. Aktueller Spielstandladen. So, willkommen zurück. Ähm, hier ist nichts passiert. Wir haben nichts gesehen. Wir sind nicht gestorben oder so. Die Folge fängt ja gerade erst an. Das machen wir jetzt ganz schnell. Hier ist niemand. Geh weiter. Ich klette übrigens nicht. Ich falle da einfach runter. Ich glaube, das geht auch schneller. Ich suche immer wieder, ob hier mal irgendwas Nützliches drin ist. Ich glaube, ich warte lieber, bis das El in ihn schnappt. Es müsste hier jetzt kommen. Wow, wo ist der Schrank? Der Schrank, der Schrank! Okay. Lebt er noch? Schwer zu sagen. Im Schrank ist es ruhiger, als es eigentlich ist. Die Musik ist hier nicht so dramatisch. Es hilft. Es beruhigt. Da traue ich mich ja gerade auch wieder raus. Trotzdem noch ein Problem mit dem. Was? Nein! Faltelaste! Faltelaste! Fuck, 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 fuck! Ich habe wieder Kuh statt. Ich wollte mich nur zur Seite lehnen, um rauszugucken, und ich habe aber Kuh gedrückt. Ich war wieder blöd. Hier waren wir überall schon. Ich werde das jetzt gerade mal ignorieren. Ich will nämlich weiterkommen. Komme ich hier durch? Nein. Hier komme ich durch. Ich habe keine Ahnung, ob die Richtung richtig ist. Ich gehe nur gerade, wo ich halt lang kann. Hallo, Android. Der steht da einfach in der Kamera und ist eingeschlossen. So, es ist ein bisschen dunkel. Wo genau bin ich denn jetzt? Zumindest ein bisschen näher. Ungefähr die Hälfte der Strecke haben wir geschafft. Aber wo komme ich hier weiter? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich hasse dich. Ja, dich. Die Stelle ist so mies. Ich belege echt gerade, ob ich irgendwas anders mache. Komme ich hier irgendwo weiter? Ähm, jetzt bin ich in dem Gang. Ich muss nachher links. Wenn man gleichzeitig Alien und den anderen ausweichen muss und wenn man auf die anderen schießt, dann lockt man das Alien an und... Jajaja, jetzt haben wir ja noch Feuer hier überall. Kann das Alien bitte sich auf ihn konzentrieren? Ich weiß nicht, was abgeht. Könnt ihr aufhören, auf mich zu schießen und besser auf das Alien zielen? Nein? Seid ihr blöd? Idiot. Bringt uns noch alle um. Das ist ja nicht geil, ne? Ich hatte den Flammenwerfer nicht mehr ausgewählt. Warum heißt das Spiel eigentlich nicht und täglich grüßt das Alien? Ich komme mir gerade so ein bisschen so vor. Probier das nochmal. Einfach laufen, laufen, laufen. Oh, ich bin ja nicht geil. Auf keinen Fall. Ich bin ja nicht geil. Wir haben es 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 geil. Geil. Bin erschossen worden. Diesmal kamen sie aber auch alle irgendwie gleichzeitig aus ihren Ecken und Räumen. Das heißt, wenn man Pech hat, sind die halt alle auf einmal da, dann kann man sich nicht gegen zwei Gegner gleichzeitig verteidigen. Das dauert auch noch viel zu lang. Brauche ich mal wieder alles, nicht komisch. Kann ich nicht mal? Moment. Ach, ich lerne es nicht. So, das Alien soll jetzt da hinten hingehen. What? Ah, er schießt wieder auf mich. Ich wollte das Alien zu denen locken. Ich brauche einen Medikits. Kann ich mir zwei leisten? Ich glaube schon. Mach mal noch eins. Hm, und jetzt? Höre ich Sterbegeräusche? Oder ja, nicht. Mir wird auch nichts angezeigt. Okay, einer ist tot. Beide sind tot. ? Mohammed. Oh, herr. Okay. Hahaha. Ich muss mich gerade so ein bisschen konzentrieren. Ich will mal weiterkommen. Na, fahrt du das? Ich überlege gerade nochmal. Der Gang, der müsste das wieder sein. So, hat das nicht das Alien ist jetzt mal hier rausgeholt? War das das? Mann. Mann. Ich hätte vielleicht schon früher den Flammenwarten gezogen sollen. Auf ein neues... Das ist echt so eine der fieseren Stellen. Ich glaube, das Spiel will es nochmal wissen. Aber eigentlich geht es ja noch ein Stückchen um. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nochmal irgendwas anders machen soll. Aber bisher hat das hier, glaube ich, ganz gut geklappt. Ähm, ja. Warum? Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen zu lang gebraucht habe. Ich habe halt auch leider voll den langen Ladebildschirm. Ich weiß gar nicht, warum. Aus irgendwelchen Gründen, als bei meinem letzten Speicherstand, das ist irgendwie, braucht es total lang, um das zu laden. Ich sitze immer so eine halbe Minute da und warte dann, bis es weitergeht. Das ist nun günstig, ich muss mal... Das ist nun günstig, ich muss mal... Oh, Luthoff-Geräusch. Ich glaube, das hat das... Alien hatte die jetzt schon? Ja, es war schon da. Okay. Jetzt haben wir euch den Flammenwerfer. Oh, Mann. Oh, Mann. Und gibt's ja auch keine Flammenwerfer, Muni. Schrott. Nein, ich werde mich nicht an diese Neuverkabelung stellen und mein leichtes Ziel abgeben. So, das läuft jetzt wieder mit, sozusagen. Äh, wo muss ich nochmal weiter? Ich hab irgendwie gerade den Weg verpennt. Achso, ich muss da oben. So, eine sehr kritische Stelle hier. Was ist da hinten? Ich erinnere mich kurz gesehen. Ich höre es jetzt auch überhaupt nicht mehr. Okay, jetzt muss ich schnell weiter. Nur noch 73 Muni. Oh, bitte lass mich da durch. Weiß nicht, ob mir das was bringt, aber... Weiß nicht, wo ich sonst gerade hinse. Ich bin so tot. Ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot. Ich bin so tot. Gut. Hast dir Zeit. Klar. Kein Ding. Wow. Wir sind einen Millimeter weiter gekommen. Oh Gott, ist das dunkel. Sollten auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Da raus. Macht es Sinn, wenn ich hier rausgehe? Oh, ich glaube, ich gehe besser hier raus. Nein, nicht abspielen. Ich dachte, es wäre etwas zum Looten. Schrank. Axels Tagebuch, Eintrag 340. Hören wir uns jetzt halt nochmal an. Ich habe eine Tasche mit dem Nötigsten gepackt und ein paar Sachen unterwegs aufgesammelt und aufgepasst, dass mich niemand sieht. Zu viele Leute mit Waffen auf Silvastopol, die auf alles sofort schießen. Ich habe auch eine, aber ich bin wenigstens nicht verrückt. Hier ist es immerhin abgeschieden und ich bin nah am Terminal. Wenn also tatsächlich irgendwann ein Schiff ankommt, habe ich einen Platz in der ersten Reihe. Toll, toll. Ich sehe nichts. Ich weiß, dass es noch da ist, aber... Oder? Ich höre das schleifende Geräusch nicht mehr. Es ist so verdammt dunkel. Ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein. Wir sind jetzt in diesem Schrank hier. Ich müsste... Vorne, rechts. Boah, wir müssen noch voll hier rum. Leider geht es nicht hier durch irgendwo. Das sind noch ein paar Meter. Kommt man da durch? Was war das nochmal für ein Symbol? Haben wir irgendwo eine Legende hier? Moment. Neuverkabelung. Weil die Neuverkabelung sitzt genauso, dass ich nicht sehe, wo wir hier aus diesem Raum rauskommen. Ob wir da durchgehen können. Weil wir nämlich doch irgendwie hätten da durchgehen müssen, wäre das jetzt... Dass ich nämlich in den Schacht zurückgekommen muss. Ach nö, bitte nicht. Lass es keine Sackgasse sein. Lass es bitte keine Sackgasse sein. Huch, okay. Ich wollte übersehen. Das ist eine Sackgasse. Hier gibt es zwar Loot, aber sonst nichts. Shit. Das ist tatsächlich eine Sackgasse. Ausweiskarte. Och, nö. Och, nö. Na gut. Dann müssen wir jetzt vorne links raus. Ähm. Ach so, doch. Von innen kann man die Tür so öffnen. Gut, ich dachte, Moment. Hallo, jemand da? Da. Ich kann nur mal auf die Karte gucken. Was ist da? Oh, nein. Mach deine Hände weg. Mach das Feuer auch nicht. Schnell, schnell, schnell. Komm. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ich will mich irgendwo verstecken. Ist das, da ist doch ein Transit. Ist das der Transit? Komm, bitte, bitte, bitte. Mir ist egal, ich will einfach mal weg hier. Nee, das war der falsche, glaube ich. Okay, und der Ziel ist schon mal aktualisiert. Ich hab immer noch ein bisschen Ladebildschirme. Ich sag ja, irgendwie, seit meinem letzten Spielstand hab ich mega lange Ladebildschirme. So, und jetzt sind wir. Sind wir doch richtig. Habe ich es geschafft, richtig zu fahren. Den richtigen Aufzug zu nehmen. Lobby. Ich glaub schon. Weil hier sind ja auch Transit. Das müsste doch gehen. Die können wir noch. Die hab ich schon mal gelootet. Ich hab nur noch 28. Shit, ich will mal speichern oder so. Ähm, ich kann da hinten. Moment, ich muss dazu geradeaus. Oh, bitte lass mich noch speichern. Nach 28 Flamora. Oh, ein bisschen nachladen kann ich. 53, okay, okay. Geh auf, geh auf, geh auf. Hab ich bald schon gelaufen? Hm. Hä? Wo stehe ich denn jetzt drin? Wo ist denn die Richtung? Komm schon, geh auf, geh auf. Mein Gott. Wie ist denn die Türen? Schrank, Schrank. Hm. Ah. Ich wusste, hab ich da vorne gehört. Da, wo ich eigentlich speichern will? Ja, wir sind fast da. Speichern und dann in... Ich muss wohl immer ins Habitat, oder? Siegstens Kommunikation. Aber kann ich nicht von dem Transit aus dahin, wo ich eigentlich... Oh nein, ich glaub, ich bin doch falsch gefahren. Weil das mir immer noch... Ich soll wieder den Fahrstuhl benutzen. Ach, shit. Wieso kann ich denn nicht die Transits nehmen? Würde das nicht auch gehen? Dummerweise wird mir mein anderes Ziel nicht mehr angezeigt, wo ich ursprünglich hin musste. Wir sind nur momentan so im Ober... Oberstrinstock, Systectom. Und sollen zu Syxen Kommunikation, weil da ist der Aufzug, wo wir rauskamen. Und da müssen wir wieder zurück. Solomums Habitat. Ich überleg echt, ob es nicht auch anders geht. Ach, Mist. Ich weiß nicht mehr, was der... Es ist zu blöd, dass ich nicht mehr weiß, was der ursprüngliche Punkt da, wo ich hin sollte. Ich glaub, ich probier das trotzdem. Oder ich speicher zumindest halt da vorne. So, da kann man sich verstecken. Okay, wenigstens mal einen anderen Speicherpunkt. Das ist mir, glaub ich, grad wichtiger als anderes. Alles andere und ich probier grad noch mal den Transit. Ich weiß nicht. Wird der mich nicht auch dahin bringen? Möbchen. Aus irgendwelchen Gründen habe ich diesen Habitat im Kopf. Das ist Maschinen... Raumvertermniss... Oder was ging der Turm? Ist die Frage, ob das das Spiel zulässt, dass es auch anders gehen würde. Äh, wenn ich so ein Gedächtnis wie ein Sieb hätte und wüsste, wo ich eigentlich hin muss. Ich bin sehr gespannt, ob mir das irgendwas bringt. Gucken, ob ich vielleicht den ganzen Weg nochmal zurück muss. Wenn ja, ähm, bin ich dann in der nächsten Folge dahin, da, wo ich sein soll. Sieht schlecht aus. Ich glaub, ich muss wirklich den ganzen Weg wieder zurück. Aber hier ist viel friedlicher. Ich will hierbleiben. Haltestelle für Solomons Galerie. Kalonia im Arschelbüro. Das Marschelbüro war da. Jaja, gut. Also, ich muss wieder den Weg zurück. Das mach ich dann, ähm, jetzt nach der Aufnahme. Damit werde ich euch nicht weiter langweilen. Mit meinen kleinen Umwegen. Und ich hoffe, dann geht's bei der... an der richtigen Stelle beim nächsten Mal dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.